Auf die nächste Probe ist die Vorsicht zu genießen, wieder eine kleine Warnung für unsere Jüngsten. Bitte abstand zu den Zäunen. Aus herrlich angereist sind die Devils of Darkness, die Devils of Darkness, auch diese Gruppe. Bitte ein wenig abstand. Ich glaube nicht unbedingt von der Vorhut, aber die Nachfolger dieser kleinen Babydäufel, die hat es in sich. Devils of Darkness aus Dierich. 20 Bärchen sind in dieser Gruppe vollzählig heute hier angereist. 22 Bärchen sind in dieser Gruppe.